Hi, Oliver Schirmer hier. Heute habe ich mal eine Frage an dich. Was glaubst du würde sich in deinem Leben verändern, wenn du im Monat fünf bis zehn neue Partner für dein MLM Business sponsern könntest oder sponsern würdest? Natürlich ist eins klar, du würdest früher oder später Erfolg haben, du würdest die nächste Karriereleiter, Karrierestufe erreichen, du würdest mehr Geld verdienen, du würdest deine Ziele noch schneller erreichen und um das zu schaffen, die Wege dazu sind einfach im Network Marketing. Du musst dazu mehr verkaufen und mehr sponsern und damit das Ganze einfach so effizient und effektiv wie möglich ist, brauchst du da zwei Grundvoraussetzungen dazu. Zum einen, du brauchst den totalen Glauben an dich und deine Sache, dass du das Ganze ja auch schaffen kannst, weil wenn du nicht an deine Sache glaubst, dann werden es andere auch nicht tun und andere Menschen werden dir dann auch nicht vertrauen und dementsprechend auch nicht in dein Business einsteigen. Und was du halt auf jeden Fall brauchst, gerade wenn du ja online rekrutieren willst, ja du musst deine Zielgruppe kennen, du musst genau wissen ja, mit welchen Menschen willst du überhaupt zusammenarbeiten, wie ticken diese Menschen, was sind ihre Probleme, was sind ihre Herausforderungen, wie kannst du ihnen dabei helfen? Und ja, es gibt viele Strategien, wie du ja jetzt neue Kunden gewinnen kannst, wie du neue Partner rekrutieren kannst und da gibt es ein tolles Buch, das nennt sich die MLM Sponsorbibel von Hagen Horst und das kann ich dir nur empfehlen, ich stelle dir den Link unterhalb des Videos auch gerne zur Verfügung, wo du das Ganze dann erwerben kannst. Dort sind viele, viele Strategien drin, also anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage es gleich vorneweg, es ist ein Affiliate-Link, also wenn du über den Link unten bestellst, dann verdiene ich ein bisschen Geld, aber das nur so am Rande, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo viele, viele Strategien vorgestellt werden. Und dann gibt es aber zwei Strategien, die ich gerne bevorzugt verwende und zum einen ist es, ja du kannst eben direkt mit den Menschen kommunizieren, sei es über die sozialen Netzwerke, sei es ja im persönlichen Leben. Du kannst aber auch, und das ist die zweite Möglichkeit, die du auf jeden Fall ja verwenden solltest, ein automatisiertes Verkaufssystem für dich verwenden, was du einmal installierst und willst es dann ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, auch an Feiertagen, wenn du willst, für dich arbeitet. Du hast quasi damit einen Angestellten, einen Vertriebspartner, der rund um die Uhr für dich arbeitet, der wird nie krank und heutzutage ist das meiner Sicht gar nicht mehr vorstellbar, ohne so ein System zu arbeiten und ich möchte das System jetzt gar nicht hier im Ganzen erklären. Wichtig ist einfach, dass du weißt, dass es solche Systeme gibt und dass du ja eben dementsprechend mit solchen Systemen auch arbeiten kannst. Also du kannst zum einen aktiv werden, ja indem du von dir aus etwas tust, indem du Menschen akquirierst, indem du ja auf Menschen zugehst und was ich halt gerne mache, ist eben einfach diese passive Variante, wo einfach Menschen auf mich zukommen, weil sie eben durch diesen Verkaufskanal, durch diesen Prozess geführt werden und dann entweder ja direkt in mein Business einsteigen oder ja Kontakt mit mir aufnehmen. So habe ich einfach meine Zeit für mich optimiert, damit ich halt einfach nur noch mit den Menschen spreche, die wirklich ernsthaft Interesse haben zu starten. Und das Schöne dabei ist halt, man kann sich dann eben auch dementsprechend die Menschen raussuchen, mit denen man ja zusammenarbeitet. Wenn dich so ein System interessiert, wie man so ein System aufbaut, wenn du lernen willst, wie du es schaffst, dass Menschen von sich aus auf dich zukommen, um bei dir ja deine Produkte zu kaufen, dann habe ich dir auch unterhalb des Videos einen Link bereitgestellt, dort kannst du ja weitere Informationen anfordern. Dort wird das System ganz genau erklärt, wie wir arbeiten und ja, also wenn dich das System interessiert, trage einfach unterhalb des Videos ein oder besorg dir dann darüber weiter Informationen. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Nimm einfach Kontakt mit mir auf, meine Kontaktdaten stelle ich dir auch zur Verfügung. Ja, in diesem Sinne freue ich mich von euch zu hören. Wenn das Video ja dir geholfen hat, dann hinterlasse mir doch einfach einen Kommentar. Teile es mit deinen Freunden. In diesem Sinne alles, alles Gute. Ja, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.